So, was haben wir hier? Lieber Warnolum, einfach nur ein Smiley. War das in Mounds, oder? Höh, viel, viel Dank. Warte mal. Äh, viel, viel lieben Dank dafür. Ein Boot? Höh? Was ist das hier noch? Ein Chopper. Den Chopper kenne ich aus Classic, der ist nice. Holy Moly. Er ist leider nicht im Chat, glaube ich, aber trotzdem, vielen Dank.